Willkommen zurück zu The Walking Dead 2. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Wie immer machen wir ca. 30 Minuten. Und ja, es ist einiges passiert im letzten Part. Man kann sich vielleicht schon gar nicht mehr so genau daran erinnern. Oh, und ein neuer Hintergrund. Ja, es hat sich einiges getan im letzten Part, im Episodenfinale. Wir sind aus Carvas Feng entkommen. Und ja, die Gruppe wurde angegriffen von Streunern und wir haben dabei auch jemanden verloren. Das Mädchen. Ich muss gerade überlegen, wie sie heißt. Naja, ich bin gespannt. So, die Inhalte werden aktualisiert, so wie es sein soll. Episode 4 also, inmitten der Ruinen. Ja, fangen wir einfach an. Ein bisschen werden wir ja noch sehen, was so alles in Episode 3 noch passiert ist. Und ja, ich freue mich schon riesig darauf. Los geht's. ZEAT 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 Ich kann nicht selbst selbst auswählen. Wie soll ich ein Kind haben? Ich war nicht wahr, als ich die Leute in der Lodge kam. Jetzt die Leute sind tot, und ich kann nicht helfen, wie ich mich verletzieren kann. Fucker. Nein! Nein! Stop! Kenne! Kenne! Wenn du dich selbst und der Schmerz, rubst du die Walkapette all über dich. Ich kann dich nicht von einem von ihnen erzählen. Du musst nur halten, und sicher, dass du gut und gut bist. Geh weiter. Du musst nicht sehen. Ich bin nicht in einem Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Mann, wie krass Nein! 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 O que gehts? Kenny! Ach du Scheiße! Kenny! Ah! 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 Verdammt! Ah! 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 Es tut mir so leid Kenny! Warum sind wir daran schuld? Oh man, es sind so viele. Es sind einfach so viele. Aber wir sind ja noch ein bisschen, äh, mit Blut beschmiert. Also, uns... Oh, verdammt. Es können uns zumindest nicht alle bemerken. Oh shit, wo sind denn die anderen? Wir müssen weg, wir müssen weg. Oh nein. Oh, weg von mir. Ah, du widerliches, stinkendes etwas. Oh shit, ey. Und die anderen sind weg. Wir müssen hier raus. So schnell es geht. Oh, es tut mir so leid um Kenny. Verdammt. Es bringt nichts, glaube ich. Oh, es tut mir so leid. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht jemanden finden. Ich weiß, was wir machen? Oh Gott. Oh Gott war mit mir, aber... Wir sollten versuchen, sie zu finden. Wir wissen, wo sie sein sollen. Wir müssen einfach da kommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen weg. Ja, wir müssen hier raus. Ja, es muss gehen. Äh, ja, ich würde sagen, hier. Ich würde da. Auch bis wir da drüben sind. Oh, verdammt. Sind zu viel. Nee. Komm. Wir können uns nicht zusammenkommen. Es ist besser, wenn wir ausbreiten. Wir zwei werden gut. Nein, du verstehst nicht. Nur, hilf uns. Ihr seid gut. Nur, geh. Ich bleibe dicht und schau dir, Rebecca. Deine Wahl. Na, komm. Mach dieses Fertig mit den Nerven. Oh, verdammt. Oh, mein Gott. 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 Ich werde das durch die Fluchze von Walkern. Wir müssen uns nicht mehr überlegen. Juste, ich brauche es. Okay, erzähle mir was zu tun. Ein Zim? Oh weiii Ich bin gerade total angespannt Hey! Over here! Ich werde nicht jemanden überlegen! Seid mich! Bleib nahe! Wenn du hinterfällst, kann ich dir nicht zurückkommen. Wir haben es fast geschafft! Let's go! Gut Wir werden schon mal entkommen Inmitten der Ruinen Ja, hier in dem Kind geht es immer schlechter Ist... alles gut? Nein, ich bin nicht gut Ja Aber ich werde viel besser, wenn wir mit den anderen kommen Ich muss sicher, dass alle anderen es rauskommen Luke, Sarah, Kenny Gott dammit Was ist, wenn sie nicht da sind? Feiert? Nichts können wir über das tun Nichts sagen, solche Dinge nicht Gut Entschuldigung Jesus Ich weiß nicht, ob wir sicher sind Was ist, wenn der Herd uns immer folgt? Wir sind gut Wir sind gut Es wurde kalt, aber wer weiß Es hat etwa eine Stunde seitdem ich gesehen habe, die Walken Carver Die Leute, die Leute, müssen sie bemerken für einen Moment Das wäre glücklich Ich weiß, dass ich mich glücklich fühle, dass wir uns überlassen Aber ich kann nur nicht stoppen denken über die anderen Es war dumm Was war? Escafen? Ich weiß, dass wir alle bereit sind, um die Herd zu gehen Aber vielleicht sollten wir mehr patienten Wir haben etwas besser gemacht Es funktioniert Wenn Sie das funktioniert Wir könnten... Ich weiß nicht Der Plan funktioniert Wir sind weg Wir sind weg Wir müssen weg Wir sind weg Wir sind weg Wir wenden Nein, nein, das ist nicht das, was ich sage. Nur... Ich muss aufhören. Entschuldigung, ich will uns nicht aufhören. Kann ich nur einen Moment haben? Ja. Geh einen Moment. Danke. Auch noch das Kind. Alvin sollte das hier sein. Ist Alvin... Er ist tot, wie er ist. Dank zu diesem verdammten Mann da. Rebecca? Willst du dir okay sein? Was sollst du damit machen? Was sollst du damit machen? Uh, sorry. Just... Es war nichts. No, was sollst du mit dem? Was sollst du mit was? Mein Baby? I'm just looking at the worst case scenario. You and Clem won't be able to raise a baby by yourselves. Not out here. I just mean, it's going to need food. And, you know... Other stuff. Ja? Und? Und? Guys, that baby is coming, like it or not. Fine. And then what? It's going to be helpless. And you can't protect it. And you assume you want to be able to be able to... Just because you're some angry loner, who doesn't care about anyone but herself, doesn't mean you know better than me. Hey! I've seen it before. Back when it started. Me and my sister, we were... She died? I don't need your pity. You don't... You don't have the right... Jane! Shit, I didn't mean it. Shit. She didn't mean it. Right? Oh, damn it. Oh man, ey. We have to fight. We have to fight. We can't just sit here doing nothing. I know, I know. They'll be here soon. Holy shit. It had been so long. We were starting to worry no one else would make it. Well, besides... a chance. Now hopefully we can figure out a plan. How's Kenny? I tried to talk to Kenny, he flipped down on me. He started yelling. Scary shit. I know, he probably didn't mean it. But it was scary. Oh man. I've been nervous to even go near him. What? You think he's gonna shoot you? The way he is right now? I don't know. Maybe. He's not acting rationally. I should go talk to him. This is my fault. Hey. You did what you thought was right. That's all anyone can do in that situation. Yeah, and let's end it's... ...hätte it's not really what's changed. I hope it's in... Zorita. God, wherever you are. Please forgive me. I can't be alone again. Hi Kenny. You think I don't know what y'all are whispering about over there? What's wrong with Kenny? Why is Kenny acting that way? Do you think Kenny's okay? Hey. It's all I hear from anyone anymore. They make it like Sergan. Kenny. I'm so sorry about Sarita. Sorry, huh? Well, that's nice of you. Seeing as this was your fault in the first place. It's not my fault. There was nothing I could do. Seeing how things turned out. I think I might have preferred if you do nothing. I tried to save her. You think because you're a little girl, you can just get people killed and no one will care. That because you're sorry, it'll all magically go away? That's not how it works. Not for the last time. Just get the fuck out of here and leave me alone. Don't. I'm going crazy just sitting here and not doing anything. Just give it time, Mike. It's still early. Clem. How'd it go? Kenny's really mad at me. Clem. You can't just expect him to bounce back. That man's going through. At least you tried. Still, it doesn't exactly help us figure out what we're going to do now. We got no food, no water. It's getting damn cold. And we're losing daylight fast. When the others get back, they'll know what to do. Luke will have a plan. I thought Kenny would have a plan. Mike. Bonnie. Mike's got a point. You can't just keep sitting around waiting. Things are difficult enough right now. And soon you'll have a baby on your hands too. What? Suddenly you're pretending to be concerned? Seeing you people floundering the minute things don't go according to plan. It's just got me on edge, alright? Well, I don't exactly see you stepping up to help right now either. We should go find Luke, Sarah and Nick. If they're in trouble, we might be able to help them. Clem. After everything. After all this. If there's any chance, they're still alive. You need to take it. Okay. I'll go. Clem can come with me. Okay. Thank you. Listen, Rebecca. If anything goes wrong here, you got something to protect yourself? I've got this. You don't think I'd need to... I don't know. But you better keep that close. Come on, Clem. Come on, Clem. That's a shot in the dark. Ach. Find ich nicht mal. I don't know about that. We shouldn't give up before we've even looked. Okay. But I wanted to talk to you. Away from them. Okay. You wouldn't have made it this far if you weren't smart. But I still... I just gotta warn you. That group is cracking. I've seen it before. And, well, a lot of times, it's better to be on your own. I know you see what I'm talking about. You don't want to be here when they start turning on each other. You know, bad stuff happens to you when you're alone too. But your odds are better. There's nobody to watch your back. And when something does happen, there's nobody there to help you. How much help is Kenny gonna be? What he's going through? He's more of a liability than anything. And Rebecca's situation is not making things better back there. You get enough broken people together. And all you're gonna get are broken decisions. How can you get along without trusting anyone? That's exactly how I get along. For what it's worth, I like most of the people in your crew. But groups fall apart. People get killed. Then why did you bring me with you? I'm just trying to give you the tools you need to make it. Like your jacket. It looks warm. But a walker will bite right through that. My sister Jamie had a good leather one. Wish I still had it. You could've. But I'm not sure what I'm talking about. Hmm... I don't know if we should call her... ...but I'm not sure if... What happened to your sister? Haha... It seems we always want to talk about the end. nicht? Sie wissen, eine große Freundin ist... Na ja... Es ist lustig. Es ist wirklich leicht zu sein. Oh? Sie wissen, sie schlafen, sie schlafen, sie schlafen, sie schlafen, sie schlafen, sie schlafen. Ich meine, ich habe das geliefert. Ich habe gedacht, ich sollte es rausziehen. Ich weiß nicht, warum. Ist das wirklich, was es ist, zu haben, eine Freundin? Nein! Nein! Es ist nicht alles schlecht. Aber... Was konnte ich tun? Sie dachte, ich war die beste Freundin. Ich konnte nicht... Unabhängig. Hm. Every Sommer, wir gehen in dieses Amusementpark in Virginia. Aber die beste Sache war nicht die Reise. Es war, dass niemand uns da war. Und ich... Ich würde sagen, wir waren keine Freundinnen. Nur... Freunde. Ich glaube, diese Walkers haben ein gutes Zeichen. ein gutes Zeichen. Oh. Das kommt nicht zurück. Wir sehen, was noch er hat. Ja. Wir sollten sie sehen. Aber du weißt, warum, nicht? Nur weil sie frisch sind. Schau mal. Schau. Die alten Walkers sind eine Verbrauchung. Sie behalten Kreditkarte und die alten Pager. Aber diese waren nicht Walkers so lange vor. Sie waren Survivor. Sie könnten sinnvolle Sachen haben. Okay. Uuuuuh. Haha. Schau, was noch er hat. Ich schaue diesen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Und die Dinge werden nicht besser werden. Also wir mussten ganz klar unbedingt hier aus diesem Lager raus. Da führt kein Weg vorbei. Es tut mir natürlich leid wie es gelaufen ist. Also gerade um Kennys Frau. Aber ja, Führerschein aber nichts Brauchbares im Grunde. Fahrzeugen, zwei von denen. Na, ich glaube, dass einige Leute einfach das passado verlassen können. Wir haben noch eine Hosentasche. Ich weiß nicht, was es war, bevor ich da bin. Aber Kenny war anders. Ich weiß das. Das ist es. Ein Schrauch. Diese Sachen sind großartig. Ein Schrauch, eine Schlange, eine Schlange. Jamie hat immer eine in ihr Schrauch. Ich hatte meine Hand, wenn ich in die Hand bin. Okay, mal gucken, was der Kamerad hat. Ja, ach... Ich kann nie zufrieden mit diesen Sachen. Hier, gib mir eine Hand. Doch ist das ja eigentlich richtig, muss man sagen. So, jetzt helfen wir mal, ihr ein bisschen den Kumpel umzudrehen. Diese Schrauben, sie sind Sarahs. Sieht so aus, dass dein Freund es nicht geschafft hat. Entschuldigung. Äh... Ich weiß nicht, was dir zu erzählen. Sarah? Sarah, bist du da? Sind Sie verrückt? Walkers? Bandits? Sie haben nur unsere Position zu allen von ihnen vorhanden. Das ist kein Weg, deine Freunde zu finden. Schau, Clint. Ich weiß, was du willst, ich zu sagen, aber... Sarah! Gott, verdammt! Scheiße! Okay, komm mal. Wir müssen einen Weg finden. Sieht so, wie es da ist. Nein, sie sind da. Oh nein, das ist... Ach du Schande. Das ist... Nick. Schau, er ist dein Freund. Du solltest das machen. Ich? Ach, Nick. Wie konnte das nur passieren? Ich bin sorry, Nick. Vergib mir. Ach, Mann ey, das tut mir ja leid. Hm. Komm. Bring's zu Ende. Der arme Kerl. Wurde vielleicht gebissen oder so noch. Wurde vielleicht gebissen oder so noch. Und ihn hat ja auch eine Kugel erwischt. Ach. Tja. Wieder einer weniger. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Wenn es zu Ende ist, wenn Luke oder Sarah oder jemanden, sich zu Ende ist, du hast dich bereitgestellt. No hesitation. You know right? I know. I've done this before. That hatchet of yours seems to get stuck pretty easily. It's gonna get you killed. Here, use this. Sehr effektiv. Wir können das tun. Das klingt nicht zu gut. Der Kloch ist tickt. Ich bin bereit. Ich weiß, wie du bist. Wir müssen einen besseren Blick bekommen. Wie geht es dir? Du kriegst den nahen und ich habe den Fenster, um den anderen zu holen. Okay. Na dann los, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert, ey. Warum darf ich... Ihhh, okay. Äh... B ford. B ford. Wie bist du, was wir machen. Jetzt beachten Sie das. Ich habe eine schöne kleine Auflegung. in deinem Arsenaal. Schau die Knie erst. Dann? Schau ein Knochen in die Hände, wenn sie unten ist. Alles klar, schauen wir uns an, was wir auf dem Deck haben. Da hinten sind... Da hinten sind welche, ganz klar, und da sind sich auch noch welche an der Tür. Tja, ich würd aber erstmal diese hier töten, hätt ich gesagt. Oder? Oh shit, da liegt da noch einer. Komm! Das schaffst du! Der... ...ist doch schon tot! Na also... Oh nein, die braucht Hilfe! Komm, schnell, 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 schnell! Gut, wenn du meinst, dann mach die noch fertig. Du hast alles gemacht. Ein schöner Trick, hm? Jetzt sollten wir immer zusehen, dass wir den anderen helfen. ... 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 Ich weiß nicht. Tja, Lärm, ganz klar. Vielleicht das Auto, oder wie sieht's hier aus? Einschlagen, ich weiß auch nicht. Ja, das kannst du vergessen. Wenn, dann müssen wir schon ein bisschen mehr Lärm machen. Ich hätte jetzt gesagt, das Auto, aber ich weiß nicht, ob wir da hingehen können. Doch, eigentlich schon. Gucken wir mal. Vielleicht eine Hupe, oder so? Okay, der Schlüssel fehlt leider. Äh, ja, Hupe benutzen. Mach weiter! Ach, drück doch einfach. Okay, wir brauchen noch irgendwas anderes. Bringt uns so nichts. Dammit, nicht so. Wir finden einen Weg, um es anzunehmen. Dammit, du schaffst! Äh, okay. Können wir da irgendwas... ...reinklemmen? Ich guck die ganze Zeit am Inventar, aber da hab ich eigentlich nichts Passendes. Äh, ja, suchen wir mal. Wie sieht's mit dem aus? Wir brauchen irgendeine Art Gewicht, oder sowas, in der Richtung. Ähm, wir können mit dir sprechen, okay. Ich weiß nicht, äh, es sollt mir ja auch nicht zu lange Zeit lassen, Mensch. Aber ich... ...ich brauch dir irgendwas, was ich dagegen stemmen könnte. Ach, du könntest auch irgendwas machen und mir helfen, weißt du. Gut, gucken wir ihn halt mal an. Äh, fliegen wir ihn auf die Hupe? Denk ich mal. Denk ich mal. Just like Moths zu einem Flamme. Gib mir eine Hand. Gut. Dann machen wir, dass wir den mal da rüber bekommen. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das wirklich um Zeit geht. Muss nicht unbedingt, aber deswegen will ich trotzdem schnell machen. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht! So, am Steuer eingepennt. Tödlich. Es funktioniert! Wir werden auf die Hupe und auf die Hupe. Komm schon! Okay. Sehr schön. Verlieren wir mal keine Zeit. Vielleicht ist doch die Batterie bald weg. Kennen wir die? Ich glaube... Oh, falls ich hinter dir. Äh, Beine. Jawoll. So. Wie muss das gemacht werden? Komm schon. Das war zu befürchten. Das war zu befürchten. Ich hab's mir schon gedacht. Komm. Es ist lockt. Dann probiere etwas anderes. Ähm, 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 ähm. Hey, sind Sie da drin? Sind Sie da drin? Ich glaube, das wird mit ihnen kommen. Ich glaube, das wird mit ihnen kommen. Ich werde sie wegziehen. Ich werde sie wegziehen. Dann komm uns da rein! Das wäre schon mal das Wichtigste, dass die hier nicht reinkommen. Oh nein. Fuck. Fuck. Luke, wo ist Sarah? Ich... Ich weiß nicht, was zu tun mit ihr. Das ist die Sache. Klingt besorgniserregend. Sarah, schau. Schau, es ist Klamm. Siehst du, wie ich dir gesagt habe, sie sind okay. Sarah, komm mal. Wir müssen jetzt gehen. Was macht sie? Kannst du aufstehen? Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann sie nicht wegwerfen. Okay, ich versuchte, sie zu tragen, aber ich glaube, Carver hat mich ziemlich gut da. Ich weiß nicht. Es war nur nach Carlos, dass sie es verloren hat. Sie kamen durch die Wälder, wie ein Maniak. Ich habe sie für, ich weiß nicht, wie lange. Und dann, als sie sah, dass sie dieses mobile Haus gemacht hat, eine Beeline hat. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Wir haben keine Zeit mehr. Was werden wir über sie tun? Äh... Ich glaube nicht, aber... Wir versuchen es mal. Ich... Sie werden dieses Ort öffnen ziemlich schnell. Wir können nicht bleiben. Also, wir müssen sie aufstehen, oder wir müssen... Ich habe es versucht. Ich habe es für Stunden versucht. Ich kann sie nicht, um mich zu sehen. Klamm? Also, wir lassen sie nicht zurück. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Sarah... Es ist mir. Na komm. Hi. Äh... Umarmen... Ich weiß nicht. Körperkontakt ist doch immer gut. Nein! Hm. Scheiße. Oder auch nichts. Verdammt. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Luke, Jane und ich. Wir kamen hier wegen dir. Wir sind alle in der Gruppe. Wir sind deine Familie. Wir sind jetzt deine Familie. Clem. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Äh... Aber du bist immer hier. Weil er mich zufrieden hat. Auch wenn ich Angst bin. Weil er wollte, mich zu leben. Und dein Vater hat dich beschädigt, weil er dich zu leben wollte. Und er würde das immer wollen. Na komm. Geh zu der Lichter! Jetzt! Komm schon, ich werde dich aufbauen. Oh verdammt. Was geht da hinten? Meine Hände! Wir brauchen etwas, um zu stehen. Luke, komm hier hin! Hilf mir, das hält! Okay, wir müssen über das Dachfenster irgendwo kommen. Glenn, siehst du was du findest! Äh, ich seh schon mal in der Kiste. Können wir das benutzen? Es ist nicht groß genug! Okay. Wenn ihr das sagt, äh... Kühlschrank? Das ist schwer. Verdammt! Ähm... Das ist hier wohl kaum, aber... Können wir das benutzen? Ja, das würde funktionieren. Was? Oh shit. Okay, bereit? Auf drei! Eins... Zwei... 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 Na komm. Jetzt muss es schnell gehen. Boah, das ist auch nicht gerade leicht. Das kann ich mir mir vorstellen, so eine Komode. Komm, 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 komm! Äh... Wir müssen ja weg. Ich hab Angst. Oh shit. Na gut. Wir sind gleich im Zimmer. Na gut. Wir sollten es schaffen. Ich frage es nur, was macht ihr mit Sarah? Luke! Du erst. Wir brauchen dich am Topf. Wir müssen unbedingt Sarah rauskriegen. Ich geh nicht ohne sie. Jetzt! Jetzt, Clementine! Wenn sie nicht gehen will, dann kannst du sie nicht machen. Lass sie dich auch runterkriegen. Nicht wieder. Verdammt, ey. Das ist... Nein. Sie muss es schaffen. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Das ist... Schnapp weg, Sarah! Bitte... Komm! Komm! Wir müssen gehen! Ich will sie nicht! Ich weiß, was das ist. Hurry up! Nein, ich... Oh, verdammt! Ich weiß nicht! Komm! Komm, komm, komm! Clementine! Grab her! Oh weia... Hoffentlich, gehen wir das durch. Komm, schnell! Wir müssen gehen! Sarah... Komm! Wir sind raus! Och, Leute! Ja, wir sind nach draußen gekommen. Ein Glück! Und wir werden jetzt hier auch den Part beenden. Tja, Leute. Ein sehr, sehr spannender Start von dieser Episode. Mal wieder... Ja, leider... Wieder mal mit den ein oder anderen Toten. Also es tut mir noch leid um, äh... Nick... Der es ja leider nicht geschafft hat. Tja... Was will man sagen? Wir haben zumindest Sarah helfen können. Und jetzt werden wir wohl als nächstes uns wieder mit der Gruppe treffen. Ich überlege gerade, ob jetzt dann gleich ein Speicherpunkt kommt. Wir können ja noch kurz bisschen weitermachen. Ich würde es hoffen. Gut, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay! Dann werden wir hier das nächste Mal weitermachen bei The Walking Dead 2. Ich denke mal, wir werden zurück zur anderen Gruppe gehen. Tja, und mal sehen, was uns da erwartet. Bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead 2! Bei!